Musik Seit der Gründung 1979 ist der Rohrhandel Weidner Ihr Partner für Stahlrohre. Gradlinig und kompetent. Durch fachkundige Beratung und Service bieten wir Lösungen für jedes Problem, am besten bevor es auftritt. Wir beliefern Kunden national und international. Unser 3000 Quadratmeter großer Hallenbereich ist temperiert für die Lagerhaltung spezieller Rohrarten. Hier lagern für unsere Abnehmer die verschiedensten Abmessungen, Güten und Ausführungen. Für Ihren Erfolg ist unsere Belegschaft täglich im Einsatz, oft auch im Schildbetrieb. Unsere Lösungen haben Gewicht. Unsere Rohre aus Stahl und Edelstahl finden sich in vielen Wirtschaftszweigen wieder. Von Windkraft und Energie, über Metallverarbeitung und Metallindustrie, Maschinenbau und Stahlbau, Bohrindustrie, Erdölindustrie und Hydraulik. Durch kurze Entscheidungswege und einen eigenen Fuhrpark steht der Rohrhandel für Qualität, Flexibilität und Termintreue. Als erfahrener und zuverlässiger Partner im Rohrhandel bieten wir Innovation und Kompetenz aus einer Hand. Bei Rohrhandel Weidner bekommt Ihr Unternehmen höchste Qualität zu fairen Preisen. So bekommen Sie von uns maßgeschneiderte Konzepte, kompetente und zielorientierte Beratung und sehr kurze Lieferzeiten. Rohrhandel Weidner – immer am Rohr der Zeit. Ja! Also, bei Jackalbaubau 2.0 Gerneb лесK Evaluträum. Okay.